hallo ich bin es bei kfz 40 schön dass ihr eingeschaltet habt heute geht es wieder um den bmw e46 kompakt kompressor ja ein bisschen zeit ist vergangen natürlich ja wir haben ja den druckrohr bestellt angeblich wurde es rausgeschickt dann doch nicht egal ist ja nicht stimmt auf jeden fall wurde nicht rausgeschickt wir haben umsonst gewartet und da habe ich gesagt was machst du jetzt damit ich war echt kurz davor zu sagen wenn einer kommen würde ein export händler voller gute auto ich kaufe diese 1000 euro ich hätte gesagt nimm bei mir ist einfach die lustvergang bei der ganzen geschichte okay ein ladelufkühler zu verbauen und dann dachte ich okay ist besser und doch nicht und so weiter ja ihr wisst das obwohl wir so viel druckverlust haben 240 ps mit ein ladelufkühler ist eigentlich bombe aber dann fragt man sich warum ich habe sogar ausgerechnet es waren 0,6 bar richtig ne warum verschenken wir das will ich nicht und ohne ladelufkühler verbaue ich das ganze nicht mehr nein weil ich bin der meinung es bringt nichts wenn wir 1,1 bar oder 1 bar lass 1 bar sein wenn wir 1 bar haben aber trotzdem ohne ladelufkühler fahren was nützt das lasst euch da nichts einreden wenn einer sagt nee ich könnte wassermethanol und so fahren ja klar wassermethanol ich habe wieso zu kämpfen meine autos zu tanken und wie soll ich jedes mal wassermethanol tanken ganz ehrlich ich komme nicht dazu und ich kann mir jetzt hier keine 100 liter hier irgendwie zur seite tun und immer wieder nachkippen das möchte ich nicht meine autos haben nicht mal wischwasser drin weil ich es immer wieder vergesse versteht ihr was ich meine auf sowas habe ich keinen bock und das ganze nur einstellen und so weiter zündung ihr vergisst das ganze einmal nicht zu füllen ihr fährt damit barmotor schaden muss nicht sein wobei hier natürlich ein drei liter wäre nicht schlecht habe ich auch vor aber ganz ehrlich muss aber nicht deswegen sein deswegen habe ich mir doch was überlegt deswegen hat es auch zwei wochen gedauert dass ich kein videos rausgehauen habe was machen wir also da ist mein ladelufkühler den ich natürlich sehr liebevoll gemacht habe natürlich wird der eine oder andere sagen junus man sieht gar nicht originalmäßig geworden hier man sieht nicht mal hier das geschweißt wurde es ist wie ein aus einem guss was sagst du ich habe es nicht gut gemacht diese vierecke ruhe mehr oder weniger sonst eigentlich optisch geil aus muss man sagen ist ist nicht gut geworden optisch sieht es auch nicht gut aus und ja das problem ist erst mal wo wir den geschweißt haben war ja okay und dann habe ich ja weggeschliffen weil ich es ja richtig optisch gut haben wollte und dann haben wir gemerkt weil wir nicht befestigt haben dass er alles kaputt gemacht hat weil die nähte die wir gemacht haben einfach zu dünn waren ist ja auch nicht mehr wild was machen wir aber wir hatten natürlich vorgehabt dass wir das ganze wieder umrüsten das heißt ohne ladenluftkühler mache ich nicht nein wir werden wieder einen ladenluftkühler einbauen ja ja diesmal wollen wir nicht auf die optik eingehen diesmal wollen wir das ist gut funktioniert also wenn wir folgendes machen hier schöne grüße an igor ich habe ganz kurz erklärt was ich vorhabe hier mit ladenluftkühler igo wer igo nicht kennt also ist ja einer der größten schweißer oder vielleicht der größte schweißer in ganz deutschland glaube ich der youtube betreibt also ich bin jetzt nicht in so materie drin aber sehr sehr feiner kerr also ehrlich kurz angerufen sagt igo ich habe dass du das war und er meint so ey ich hole meinen schweißgerät ich komme rum so ein cooler typ aber den wird er noch kennenlernen ich habe den gleichen ladenluftkühler noch mal gestellt so sieht das dinge aus und den wir wieder einbauen ohne viereckige rohre ich muss jetzt ungefähr mal sehen wie weit wir hoch kommen können ich sag mal so weit ungefähr ja das ist jetzt ein bisschen problematisch weil er jetzt nicht fest ist aber wir werden jetzt folgendes machen ihr müsst das jetzt ein bisschen höher wo ich den drunter tun kann aber warte mal so wie das ganze aussehen das müssen wir uns natürlich jetzt weg denken dann werden wir direkt 90 grad winkel nehmen und werden das ganze sofort so hoch machen aber keine viereckige rohre also die werden dann nicht so gerade sein wir werden den sofort so machen bei durch und dann werden wir diesen kompressor wieder abbauen und werden das ganze hier komplett einen 90 grad winkel anschweißen hier werden wir das gleiche machen das heißt das muss auch raus auch ein 90 grad winkel hier rein das heißt dass wir ungefähr mal hier wieder ungefähr so so viel sag ich mal starre leitung haben hier einen silikonschlauch hier einen silikonschlauch jeweils ganz klein so dass er sich nicht so rein frisst weil er arbeitet ja mit unterdruck wenn du jetzt genau schaust also diese zeichnung die ich vorher gemacht habe das war ja mein erster plan war auch so mit dem viereckige rohre habe ich den winkel nicht hingekriegt anfangen an mein plan eigentlich dass wir den so sofort so direkt hier rein das ist ohne biegungen ohne biegungen wir müssen das auch so machen wenn wir dieses rohr hier rausholen die beiden rohre damit wir hier auch arbeiten können das ist sehr sehr wichtig damit der lüfter raus kann die wasserpumpe mal erneuern können oder vielleicht ein thermostat und so weiter deswegen machen wir das auch so das ist unser plan dass wir so direkt wie möglich anschlüsse haben und danach gucken wir wie viel druckverlust wir noch haben also liegt es echt an diesem ladenluftkühler weil der hersteller sagt da hast du 0,5 psi verlust aber wir haben hier 6 7 pc verlust und das ist schon viel also fast 10 pc die riemscheibe ist raus schöne grüße an farro weil er wird mir das ganze noch mal abdrehen wie viel millimeter die entdeck haben werden wir sehen ich werde jetzt ein bisschen mehr auf lade druck gehen gucken wo die grenze von diesem kompressor ist wenn wir sehen das ist mein plan das wollen wir machen nächste mal wenn alles drauf ist werde ich mit dem alten ladenluftkühler einmal nach ego fahren so einfach wie möglich und so gerade wie möglich das ganze hinzukriegen und danach werden wir da auch nochmal messen was wir der endeffekt an ladedruck hier ankommt sehr sehr wichtig hier kommt zurzeit 9 psi an und 9 psi ist 0,6 bar 0,5 bar ist viel zu wenig und 1,1 bar ist ja da angekommen wird sehr interessant darum habe ich auch ein bisschen gewartet weil ich ja ehrlich ich habe überlegt was machst du natürlich wird der eine oder andere sagen hey junus 240 ps reicht dir doch warum willst du denn auf mehr leistung gehen ich sage euch warum ich mehr auf leistung gehen möchte ich möchte ja sehen was dieser kompressor schafft das ist der reiz ich glaube jeder von euch da draußen der so ein kompressor besitzt möchte auch sehen was er schafft aber was wird denn vorgegeben was er schaffen soll ja das ist ja das geile ich habe ja mit mit ich vergesse immer den namen ich habe ja mit dem geredet und die haben zu mir gesagt hey junus ja 240 ps ist maximum mehr schafft er nicht die 0,6 bar schafft wenn sie das verkaufen sie ja die direkt der schafft nur das und da ja ja und da haben wir ja gesehen dass es 1,1 bar macht das heißt die selber wussten selber nicht dass der mehr schafft aber ich verstehe das ja auch die haben eine andere philosophie die möchten diesen kit mit 115 riemenscheibe verkaufen direkt rein da habt ihr 240 ps oder 200 ich sag mal 250 ps wenn alles gut läuft das reicht und ihr drückt zweimal dann habt ihr vielleicht nur noch 220 ps aber das reicht aber das ist nicht das was ich möchte ich möchte dass es mit ladeluftkühler läuft plus ich möchte so viel ladedruck wie möglich haben und gucken was wir im endeffekt von diesem laderausflug das ist ja was ich testen möchte wie wir das auch mit dem turbos machen wir holen ich sag mal einen k04 turbolader ihr wisst bei k04 gibt es ja immer der eine sagt ach das schafft man locker 350 ps der eine sagt bei 220 ps ist da sense und da möchtest du auch erfahren und ich bin mir sicher wenn dieser 1,1 ladedruck also 1,1 bar ladedruck hier reinkommen werden wir schon einiges an ps machen mehr als 240 ps bin ich mir auch sicher aber wenn ich jetzt im shop schaue bei denen ich suche jetzt für das auto ein kompressor kit steht ja nicht der schafft 300 ps zum beispiel nein also das geben die nie an oder okay also es ist okay muss man probieren bei 330 geben wir das glaube ich an dass du 300 ps schaffst 30 ps aber da bin ich dachte dass wir damit angegeben ganz ehrlich ich glaube nicht dass du diesen kit da nimmst einbaust und die software von den chris und das direkt 300 ps das glaube ich nie in leben kann es ehrlich vielleicht bin der kleine riemenscheibe ja habt ihr so vielleicht habt ihr die 300 ps aber dann nur einmal beim zweiten mal wird die 20 ps weniger aber mal vielleicht 30 ganz ehrlich würde man nicht wissen wollen vorher bevor ich das kaufe will ich doch wissen ob ich eine gewisse leistung bekommen oder nicht natürlich 3000 euro ist schon viel geld muss man sagen und das geile ist die werden jetzt noch mal 300 400 euro teurer habe ich gehört ob man sich das dann auch antun möchte ist natürlich jeden selbst überlassen du bist mit diesem wagen super zufrieden egal was für bmw du hast du kaufst dir für 3000 euro so ein kit du baust es ein ihr habt ja mehr leistung so ist es nicht ihr habt einen ganz anderen fahrverhalten ehrlich das fühlt sich viel mehr an fahrspaß ist da es macht auch spaß dieses kompressor sound und ich finde es echt schön alles super aber man muss ehrlich sagen und sagen hey hört mal wir haben diesen kompressor kit ohne ladungskühler gemacht weil es einfach keiner kaufen möchte weil es einfach keiner zahlen möchte das wird man doch sagen dann soll man einfach nur ehrlich sein und ehrlich finde ich auch man bedenkt warum sind v-motoren mit ladenluftkühler ausgestattet und rein sechszylinder er nicht kann ich euch sagen weil der v-motor leichter zu verbauen ist mit dem ladenluftkühler macht er hat schon so eine form dass man da guten ladenluftkühler bekommt und das ist das und ich finde man muss ein ladenluftkühler egal was man macht sobald du an ladenluftkühler gewinnst muss man ein ladenluftkühler einbauen natürlich ist der druckverlust viel 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 höher als bei einem turbo ja das ist uns allen klar sagen wir mal ich fahre den jetzt mit diesem ladenluftkühler den wagen richtig heiß beschleunige fünf mal oder ich sag mal 20 mal ich werde vielleicht einen leistungsverlust von 10 ps haben aber macht das mal mit einem kompressor der keinen ladenluftkühler hat ich sag euch serienleistung haben bin ich mir 100 pro sicher wenn das ding richtig saue heiß ist wird ihr serienleistung haben da schwöre ich drauf ihr könnt 160 200 ps mehr haben durch den kompressor ohne ladenluftkühler wird ihr das vielleicht nur fünf mal spielen und dann nicht mehr die werden so gerade wie möglich machen wir werden keine verstärkungen mehr hier drin haben und danach werden wir schauen was an ladenluftkühler rauskommt wenn wir es schaffen ein bar hier rein zu kriegen mit dem ladenluftkühler ist doch besser als ohne den ladenluftkühler ganz ehrlich das ist meine meinung weil der ladenluftkühler ist schrott ja den habe ich einfach da habe ich einfach mist gebaut habe ich ja auch offen und ehrlich gesagt weil wenn ich mist baue dann sage ich das auch ich bin mir nicht zu schade dafür oder ich sage nicht ey ich baue keinen mist ich bin der flugzi ich probiere ja sachen aus was keiner macht ist so aber ich gebe nicht auf ich gebe nicht auf ich mache weiter ich mache weiter es gibt zwei optionen motor geht platt oder kompressor geht platt eins von beiden und dann höre ich auf ich möchte das eine noch mal ausprobieren ja mann und wenn es noch klappt dann klappt es und wenn es nicht klappt schön und gut ja 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 und viele haben mich natürlich gefragt gibt es rabattcode für den kompressor geht leider nicht rabattcode wurde uns leider nicht zugeteilt wollen wir nicht warum auch immer können wir nichts machen müssen akzeptieren alles gut dass ihr bescheid wisst die dinge werden teurer und jeder muss für sich selber entscheiden ob er jetzt für ein paar ps so viel geld ausgeben möchte bevor wir das ganze beenden möchte ich nur ganz kurzen statement zu dieser jetzigen lage machen hier mit ukraine russland ich finde es echt sehr sehr traurig dass wir jahr 2022 noch über krieg reden müssen ich finde es traurig ich hoffe mal dass die lage sich da beruhigt dass das die schnell eine lösung finden weil ich weil wir das ist auch ein bisschen schwer für uns gerade irgendwie ein content zu bringen wo jetzt irgendwo krieg herrscht und wir irgendwie im videos unterhalten sollen oder lachen sollen oder was auch immer es ist echt sehr schwer und deswegen ich finde sowas ist nie gut und deswegen wünsche ich echt dass einfach frieden herrscht das möchte ich echt weil krieg ist nie eine lösung deswegen ja in dem sinne bleibt gesund ich ich ich